Hallo Freunde der virtuellen Realität. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video und ich habe mir gedacht, am besten machen wir heute nochmal ein kurzes Ersteindrucksvideo, wo alles ein bisschen kompakter ist, denn gestern der Livestream, der ging natürlich über zwei Stunden, war ein richtig cooler Abend, ich möchte mich nochmal bei allen Leuten bedanken, die dabei waren. Die Zockstube, also der Patrick war dabei, der Zitronenarzt war dabei, ihr wart dabei und ich möchte mich bei allen Leuten bedanken, die abonniert haben, geliked haben, gespendet haben, also vielen, vielen Dank, war ein mega geiler Abend und cooler Livestream, hat mir Spaß gemacht. Aber ich habe mir gedacht, der ganze Livestream ging über zwei Stunden und die Zeit hat nicht jeder und es gibt da draußen mit Sicherheit Leute, die sich echt nicht sicher sind, soll ich die Quest 2 kaufen, ist das was für mich, ist das Teil gut, was hat es für Stärken, was hat es für Schwächen. Und ja, ich möchte das Ganze so ein bisschen aus meiner Sicht jetzt ein bisschen kompakter zusammenpacken und gehe kurz auf die ganzen Punkte ein, die mir so einfallen, was möglich ist, was nicht möglich ist und ja, vielleicht ist es ein bisschen besser für euch und wenn euch das Video dann natürlich am Ende gefallen hat, würde ich mich natürlich auch über ein Like freuen und den Abo-Button nicht vergessen, damit ich euch weiterhin solche Videos hier präsentieren kann. Ja, kommen wir mal zur Quest 2 und gehen mal direkt aufs Display ein, das ist das Erste, was man natürlich sieht, wenn man die Brille auf hat und das Display ist echt super, super scharf, muss ich sagen. Also, ich habe versucht, den Screen-Door-Effekt zu sehen, man kann ihn erahnen, in manchen, je nach Anwendung, wenn man verschiedene Farben so anguckt, ja, man kann es erahnen, dass da was ist und ich habe ihn aber nicht mehr wirklich erkannt, aber das ist das, was mir als erstes positiv aufgefallen ist, dieses tolle Display und was man jetzt dazu sagen muss, wenn ihr von einer Brille kommt mit einem guten OLED-Display wie die Vive, Vive Pro, die ja wirklich einen richtig tiefen Schwarzwert haben, da müsst ihr euch hier mit umstellen, hier ist ein LCD-Display drin, ja, wir wissen alle, es hat keinen perfekten Schwarzwert, man kann damit leben, aber wenn die Leute wirklich von so einer Brille kommen, die so einen guten Schwarzwert hat, wie die Vive Pro zum Beispiel oder die Vive, also das sind, ja, meine Brillen, die ich so im Kopf habe, die den besten Schwarzwert hatten, da kommt die Quest 1 auch nicht mit, die werden natürlich ein bisschen enttäuscht sein, wenn du jetzt von der Rift S oder Quest 1 kommst, meiner Meinung nach tut sich da nicht so viel, also der Schwarzwert hier ist okay, man kann damit leben. Farben sind auch okay, ich hatte das Gefühl, dass die Quest 1 ein bisschen, ja, ein Tick farbenfroher ist, aber auch nur ein Tick, also es ist jetzt nicht so wirklich, dass man sagt, boah, wow, die Quest 1 hat ja ein viel farbenfroheres Display, das ist jetzt nicht der Fall, aber so ein i-Tüpfelchen fehlte hier an Farbe, meiner Meinung nach, aber trotzdem sieht es super aus. Man kann alle Texte lesen, egal was ihr macht, ja, spielen, lesen natürlich, wenn ihr irgendwie in irgendeinem Spiel ein kleines Buch habt, wo Schriftzeichen drin sind, die kann man super gut lesen, das war ja immer das Problem früher. Netflix macht mega viel Spaß, Big Screen im Kino zu sitzen macht Spaß, weil man halt jetzt ein bisschen besseres Display hat, Screen Door Effect halt sehr, sehr, sehr stark minimiert ist, bis fast weg, muss man dazu sagen und ja, also ich bin mega begeistert von dem Display und ist meiner Meinung nach Preis-Leistungstechnisch das beste Display, was ich jetzt so hier habe, da kommt jetzt keine Brille dran, ob die HP Reverb G2 besser ist, kann ich nicht beurteilen, ich habe sie noch nicht getestet, kann ich auch nicht testen, weil die mir einfach zu teuer ist. Ja, aber das ist erstmal mein kleines Fazit zum Display als Top, liefert 90 Hertz, momentan muss man die noch freischalten, entweder über SideQuest, wenn ihr die Brille mit SideQuest verbindet, dann könnt ihr das in den Einstellungen auf 90 Hertz stellen oder ihr geht einfach in die Einstellungen, da gibt es dann Testfunktionen, da geht ihr dann rein und da gibt es dann den Punkt 90 Hertz Refresh Rate oder sowas. Da könnt ihr einfach dann den Haken setzen, dann wird die Brille neu gestartet und dann habt ihr in einigen Anwendungen 90 Hertz. Natürlich müssen die ganzen Anwendungen erstmal optimiert werden dazu. So, kommen wir dann, ja, Display, da passt das natürlich zu, ich habe jetzt hier die VR Optiker Linsen drin, wie ihr hier seht und die sind von der Quest 1 und die passen und ich habe jetzt keinen Nachteil feststellen können, der einzige Nachteil ist, ihr müsst definitiv den Abstandshalter einbauen, der hier bei der Quest A2 dabei liegt und dass man ein bisschen weiter wegkommt, weil man ist schon ziemlich nah dran und ja, je nachdem, was ihr für eine Gesichtsform habt, was ihr für eine Nase habt, ja, berührt ihr natürlich dann die Linsen. Ich habe momentan ein bisschen das Problem mit den Linsen, weil die wirklich weit rausragen, auch mit den VR Optiker Linsen dann, dass es ein bisschen auf meinem Nasenrücken drückt, je nachdem, wie der Riemen gerade sitzt. Ich habe jetzt kein Elite Strap bestellt, werde ich mir noch nachträglich bestellen, aber das, ja, muss ich euch sagen, je nach Gesichtsform kann das ein bisschen stören. Ich denke, dass das Elite Strap da ein bisschen besseren Halt gibt und dass das dann kein Problem mehr ist. Aber ansonsten bin ich echt begeistert von dem Gurt hier, von dem Strap, also ich habe mir einen schlimmer vorgestellt, der macht einen guten Job und besonders bei, ja, Big Screen, Netflix, was auch immer ihr guckt, Oculus TV, da gibt ja diese guten Videos, Micromansters, die hiermit auch mega gut aussehen, also gestochen scharfe Bilder seht ihr da und das macht richtig Spaß. Und man kann sich hier bequem hinten anlehnen, es drückt nichts und das wäre bei dem Elite Strap halt anders, weil ihr da wirklich diese Regulierung habt, diesen Drehmechanismus und wenn ihr dann euch anlehnt, drückt der natürlich. Das ist ähnlich wie bei der Black Edition hier von Modicap für die Quest 1, da habt ihr auch dieses Drehrädchen und während des Spielens ist das perfekt, super, die Brille hält, aber wenn ich mich damit zurücklehne, drückt es hier drauf und ist dann halt für gewisse Anwendungen halt nicht so toll. Aber das muss man abwägen, aber ihr könnt relativ schnell hier die Straps wechseln, das muss wohl gut funktionieren und von daher könnt ihr dann auch mal hin und her wechseln, wenn ihr da Elite Strap oder den hier drauf haben möchtet. Ja, kommen wir dann direkt nochmal zum Komfort, also ich habe jetzt kein Problem, großes Problem feststellen können, das liegt hier echt schön an. Oh, hier geht die Brille gerade an. Ich bin auf den Anknopf gekommen. Ja, das fühlt sich echt super an, sehr hochwertig auch, liegt super bequem auch auf dem Gesicht. Und was mir jetzt noch negativ aufgefallen ist, es kommt ein bisschen Licht rein und da bietet Oculus bald ja so Teile an, die man wirklich so, ich denke mal, das sind Gummilappen, die man über die Linsen schiebt und dann hat man unten so Gummiläppchen, die dann eventuell das Licht dann blockieren. Muss man abwarten, ich überlege mir das dann auch zu bestellen, aber das stört jetzt nicht großartig, war bei der Quest 1 auch ähnlich. Ansonsten beim Spielen, ich habe damit auch Thrill of the Fight, also schnelle Sportspiele gespielt und es ist jetzt nicht wirklich verrutscht. Man kann es richtig gut festziehen hier an den beiden Reglern hier, die zieht man dann und dann wird das immer fester, das Band, bis es dann halt wehtut. Da muss man wieder ein bisschen lockern, aber ansonsten echt perfekter Sitz, auch wenn das Elite-Strap gemütlicher sein soll zum Zocken, aber für den ersten Anfang tut es. Man bekommt hier ja für kleines Geld echt eine gute Brille und das Elite-Strap kann man sich auch immer noch nachträglich kaufen. Kommen wir zum Sound und ich muss sagen, der Quest 2 Sound hört sich jetzt gar nicht so schlecht an, also man kann damit leben. Es gibt mit Sicherheit Leute, die sagen, boah, ich habe da überhaupt kein Problem mit und meiner Meinung nach hört er sich auch einen Ticken besser an als von der Quest 1. Ich meine, der ist so ein bisschen präsenter, aber auch jetzt keine Welten, das sind irgendwie ein bisschen Nuancen. Der Patrick von die Zockstube hat das Gefühl nicht, er meinte, Quest 1, Quest 2 Sound wäre gleich. Der Zitronenarzt meinte auch, dass die Quest 2 sich ein bisschen besser anhört. Bei ihm könnte es aber sein, weil er den Elite-Strap hat und der Elite-Strap hat ja bis hier irgendwo Kunststoff oder noch länger, weiß ich jetzt gar nicht. Und dadurch könnte der Schall so ein bisschen besser entlang gehen hier bei den Kunststoffen und könnte da somit besser in euer Ohr gelangen. Könnte sein, weiß man natürlich nicht. Nichtsdestotrotz fühle ich mich nicht wirklich tief in die VR-Welt hineingezogen. Ich bin immer noch ein bisschen abgelenkt, wenn ich von außen was höre. Und für mich kommt irgendwie nur eine andere Kopfhörer-Lösung in Frage. Ist egal, was ihr jetzt macht, ob ihr euch selber Kopfhörer anzieht. Bin ich jetzt kein Freund von. Ich will die Kopfhörer wirklich sofort an meinem Headset haben. Und ja, ihr kennt es wahrscheinlich schon von meinen anderen Videos, aber Modicap bietet da das Sound-Kit an für die Quest, für die Rift S, für die Quest 2. Und ja, falls ihr das Quest Sound-Kit schon habt und habt die Sennheiser Kopfhörer und ihr könnt die natürlich auch dann abbauen, abmontieren. Und dann gibt es bei Carbitec oder bei Modicap gibt es dann einen Sound-Kit-Holder. Das ist dann ein Sound-Kit-Holder, heißt nur die Halterung für den Sennheiser Kopfhörer. Und da ist dann bei auch das Kabel, weil es ist natürlich ein komplett anderes Kabel bei der Quest 2. Also die Längen sind anders und das liegt dann dabei. Und kostet glaube ich 59 Euro, bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Ich werde den Shop auf jeden Fall unten in die Beschreibung verlinken. Und dann könnt ihr eure alten Sennheiser Kopfhörer an die Quest 2 bauen, an den Quest 2 Sound-Kit-Holder und habt dann ein bisschen was gespart an Geld. Und ansonsten müsst ihr euch das komplette Set kaufen. Habe ich aber auch schon in anderen Videos erwähnt, aber guckt einfach mal rein bei Carbitec. Ich möchte keinen anderen Sound mehr haben, weil die schließen so geil ab und man hört dann echt nichts mehr anderes außer die VR-Welt. Und so muss es meiner Meinung nach sein. Und muss natürlich jeder für sich selbst entscheiden, was er da bevorzugt und wie viel man bereit ist auszugeben für guten Sound. Und manche sagen, das ist mir nur 30 Euro wert. Die anderen sagen, ja ich investiere auch gerne 200 Euro. Das ist komplett unterschiedlich und das müsst ihr dann entscheiden. Für mich kommt nur eine externe Kopfhörerlösung in Frage. Kommen wir zu den Anwendungen. Ich habe das Teil hier getestet im Oculus Link Modus und ich muss sagen, das funktioniert echt tadellos. Ich habe auch ein 0815 Kabel genommen, USB-C auf USB-C. Und mein Computer hat natürlich auch diese Schnittstelle dazu, aber das funktioniert einwandfrei. Man wird noch gefragt, soll ich die Verbindung mal testen? Dann macht man ja, teste mal und dann wird einem auch die Bandbreite mitgeteilt, was das Kabel kann. Und dann sagt die Oculus Software ja oder nein. Und dann geht es auch schon los und das Ganze geht so einfach von der Hand. Und ja, so könnt ihr bequem eure Steam-Bibliothek zocken. Also ich habe Half-Life Alyx getestet und noch andere Titel. und die liefen alle echt perfekt und ja, somit kann man sich die Rift S eventuell sparen oder ein anderes Headset, wenn ihr sagt, okay, ich will damit draußen spielen, ich will damit aber auch im PC spielen. Perfekt, die arbeiten immer noch. Es ist der Oculus Link Support, ist ja immer noch Beta-Status. Die arbeiten immer noch weiter, verbessern immer noch weiter. Und ja, also ich finde, die haben das richtig gut hingekriegt. Klar, man verzichtet damit auf die kabellose Freiheit. Aber man hat eine Chance, gute PC-VR-Games auf der Quest zu zocken mit einer anderen Grafik. Und das ist auch einiges wert. Da muss ich bei dem Kopfband jetzt aber sagen, ja, hat natürlich funktioniert. Aber ihr steckt das hier ein an der Seite und das Kabel zieht natürlich ab und zu nur ein bisschen zur Seite. Und das war dann ein bisschen störend mit dem Kopfband hier. Und da ist das Elite-Strap mit Sicherheit auch besser. Aber man kann sich natürlich auch daran gewöhnen. Aber da würde ich echt sagen, wenn ihr das mit dem Oculus Link Kabel zockt, holt euch das Elite-Strap. Das wird definitiv besser sein dafür. Ansonsten gibt es auch die Virtual Desktop-Lösung, dass ihr Software, die auf eurem PC ist, zur Brille streamt mit Virtual Desktop. Und das muss wohl auch ganz gut funktionieren. Nicht perfekt, aber es funktioniert. Für so Spiele wie Beat Saber, Synth Riders, wo man Millisekunden genau Timing braucht. Da könnt ihr es vergessen. Aber an anderen Stellen muss es wohl gut funktionieren. Der Zitronenarzt hat da ein Video zugemacht. Der Patrick von die Zuckstube hat ein Video zugemacht. Kann ich eventuell auch in die Beschreibung packen. Da wird erklärt, wie das funktioniert. Ich werde es demnächst auch mal testen. Aber ich denke eher erst im nächsten Monat. Aber das ist auch eine Möglichkeit. Ja, kabellos PC-VR-Games zu zocken. Aber es muss vom Bild her nicht so gut sein, wie die Kabellösung von Oculus. Das muss man dazu sagen. Und ihr braucht einen Router, der im Zimmer steht. Und WLAN-AC mit 5 Gigahertz hat. Und das hat natürlich auch nicht jeder. Muss man auch wissen. So, ich habe heute SideQuest noch installiert. Auf meinem PC. Und das mit der Quest 2 probiert. Funktioniert auch ohne Probleme. Ihr müsst den Entwicklermodus natürlich hier aktivieren. Wenn ihr das noch nicht gemacht habt, dann macht das. Da gibt es auch coole Videos vom Patrick, die Zuckstube. Der hat alles, was zur Quest 2 oder Quest 1 gehört. Das findet ihr auf seinem Kanal. Also der macht mega geile Videos, Tutorials. Und ja, das werde ich dann definitiv auch verlinken, wie ihr SideQuest hier auf die Quest 2 oder Quest 1 bringt. Und so könnt ihr Drittanbieter-Software auf die Quest 2 packen. Da gibt es echt coole Anwendungen, die umsonst sind. Es gibt aber auch Anwendungen, die was kosten. Aber nichtsdestotrotz habt ihr nochmal da zusätzlich einen kompletten Store. Und könnt Spiele austesten, installieren und so weiter und so fort. Und das vom PC aus auf die Brille funktioniert. Ich habe eben mal Pavlov installiert. Und Crysis VR oder Freegate oder wie das heißt. Funktioniert super. Sieht gut aus auf der Quest 2. Macht Spaß. Und ja, ich würde sagen, kommen wir zu den Controllern. Die haben bei einigen Leuten ja nicht so gut abgeschnitten. Ich finde sie jetzt auch nicht so gut wie die CV1-Controller. Die Quest 1-Controller waren auch nochmal einen Tick besser. Die sind irgendwie umständlich, weil die halt ja ziemlich klobig sind. Dieser Riesenteller, den ihr hier seht, die sind schwarzen. Und hier das Außen, das ist auch ziemlich breit. Wenn ich im Gegensatz dazu jetzt die Quest 1-Controller halte, seht ihr, das ist alles ein bisschen schmaler, kleiner. Dem Zitronenarzt stört zum Beispiel, dass es leicht gebogen ist. Der Controller ist ganz, ganz leicht so gebogen. Und er hat Probleme mit Schießspielen wie bei Arizona Sunshine, wo ich mit der Waffe ziele. Ich hatte jetzt das Problem nicht, aber man muss sich natürlich daran gewöhnen. Es ist Geschmackssache. Ich fände es super, wenn Oculus das hinbekommt, dass ich mir die Quest 1-Controller auch auf der Quest 2 anmelden kann und damit zocken kann. Das wäre für die Leute super, die eventuell auch kleinere Hände haben. Ich denke mal, mit kleinen Händen hat man hier echt Probleme. Also das könnte problematisch werden. Man muss ein bisschen auch anders spielen, anders packen, als bei den CV1 oder den Quest 1-Controllern. Und es ist alles eine Gewöhnungssache. Ich finde es jetzt nicht mega schlecht, aber auch nicht super gut. Ich kann jetzt nicht sagen, boah geil, das sind die geilsten Controller, die ich jemals hatte, aber sind immerhin gut nutzbar, spielbar. Und ja, dann wurde noch bemängelt vom Zitronenarzt auch, dass hier die Gummierung fehlt, dass man ein bisschen besseren Grip hat. Und das ist alles nur Kunststoff. Ich hatte jetzt kein Problem, dass die mir irgendwie aus der Hand flutschen. Aber ein bisschen mehr Grip wäre natürlich nice und ja, fehlt hier auch. Aber meiner Meinung nach ist es auch wieder Meckern auf hohem Niveau. Man kann damit gut spielen und ja, wird damit auch Spaß haben. Es gibt keine Magnethalter mehr hier für dieses Batterieeinlegefach. Und das sitzt auch fest bei den alten Controllern, Quest 1-Controllern, war dann hier ein Magnet und das schnappte so schön ein. Hier ist es wirklich nur über Kunststoffhalter gelöst, sage ich mal, die dann irgendwo einrasten. Aber die halten gut und das ist eigentlich die Hauptsache. Wurde natürlich aus Kostengründen auf ein Magnet verzichtet, würde ich sagen. Egal, bei großen Firmen, wenn die 5 Cent pro Gerät sparen können, dann versuchen die das und das auf, weiß ich nicht, mehrere Millionen Einheiten macht dann natürlich auch viel, viel, viel Geld aus. Ja, also ich bin der Meinung, dass das Teil ist okay. Man kann damit gut spielen. Ist eine Umgewöhnung, wenn ihr die Quest 1-Controller liebt. Ist das eine mega Umgewöhnung. Vielleicht kriegen wir ja noch die Möglichkeit, die Quest 1-Controller bei der Quest 2 anzumelden. Das würde ich super finden. Muss man jetzt abwarten. Ja, von den Controllern aus gehen wir zum Handtracking. Und das funktioniert hier auch wieder tadellos, genau wie bei der Quest 1. Ja, also alles wird fast Echtzeit getrackt und ich habe jetzt kein großes Lag gesehen da drin. Es fehlen natürlich noch die Spiele. Es gibt ein paar Spiele, die das haben. Aber wenn man mal ganz kurz in die Quest schlüpfen will und hat die Controller gerade nicht zur Hand, kann man natürlich auch bequem so durchsurfen. Man kann Netflix öffnen und so weiter und so fort. Und man macht so einen Doppelklick quasi, wenn man irgendeine Anwendung öffnen möchte. Also ich finde es echt gut intuitiv. Es gibt ein cooles Tutorial dabei. Also perfekt, so muss es eigentlich sein. Und ich bin gespannt, was es da noch in Zukunft für Apps für gibt. Ich speziell würde ja gerne Swill of the Fight auch so spielen, ohne Controller, weil man braucht sie eigentlich nicht. Aber da ist wieder die Gefahr, dass man wirklich zu nah herangeht und man wird ja quasi von den Kameras getrackt. Und wenn man dann seine Deckung hochhält, können die Kameras einen nicht mehr die Hand tracken. Und das ist bei dem halt anders. Dieser breite Ring, der kann halt immer noch besser getrackt werden, wenn ich mir die so vom Kopf halte, als jetzt nur mit den Händen. Das ist halt bei Boxen ein Problem. Da habe ich auch mit dem Entwickler von Swill of the Fight drüber geschrieben. Und ja, deshalb hat er da auch ein bisschen Probleme gesehen. Ja, Leute, kommen wir zum kleinen Ersteindrucksfazit. Also es ist jetzt kein langes Review-Test oder so. Es ist einfach, ich habe seit gestern die Brille und gebe jetzt mein Fazit dazu ab. Wenn ihr noch keine VR-Brille habt, ihr habt auch keinen High-End-PC oder ihr habt einen High-End-PC, habt aber trotzdem noch keine Brille und ihr möchtet gar nicht so viel Geld ausgeben für eine Wolf-Index, die über 1.000 Euro mit allem drum und dran kostet, ist das preis-leistungstechnisch momentan das Beste, was ihr für dieses Geld bekommen könnt. Ihr könnt die bestellen über Amazon Frankreich. Da könnt ihr die bestellen. Ich packe den Link unten in die Beschreibung. Aktuell ist die ja nicht in Deutschland einhältlich, leider. Ihr könnt das Teil aber aktivieren. Es ist überhaupt kein Problem mit eurem bestehenden Oculus-Facebook-Account, weil ihr braucht jetzt einen Facebook-Account dazu. Die beiden Konten wurden dann verschmolzen. Da wird man auch darüber ausgefragt, sage ich mal. Man muss das bestätigen und wenn man das gemacht hat, kann man sich ganz normal wie mit der Quest 1 auch hier anmelden und es funktioniert super. Also da braucht ihr echt keine Angst zu haben. Oh, in Deutschland verboten. Wir können die nicht aktivieren. Nichts da. Ihr könnt die aktivieren und alles schön genießen, was ihr sonst auf der Quest 1 auch genossen habt. nur halt noch schärfer, sage ich mal. Weil hier sind die Displays echt verdammt gut. Oder das Display, es ist ja nur ein LCD. Und ja, das müsst ihr wissen. Und ja, was ich noch hinzufügen möchte, man hat hier drei Einstellungen für eure IPD-Einstellungen. Und ja, das waren jetzt, ich weiß es gar nicht mehr, welche Schritte das waren. Auf jeden Fall war 63 die Zweierposition. Die Dreierposition weiß ich gar nicht. Das war die größte. Ich glaube irgendwas mit 68, 70. Ich werde die auf jeden Fall, diese Punkte, diese IPD-Punkte werde ich unten in die Beschreibung packen, dass ihr da genauer Bescheid wisst. Auf jeden Fall hat man nur noch drei Positionen. Man hat keinen stufenlosen Regler mehr. Das wie bei der Quest 1, den ihr gewohnt seid. Oder bei der Valve Index. Das muss man wissen. Aber ich komme mit der, ich habe 62 und ich komme mit der Zweier-Einstellung super klar. Und das Ding hat sowieso einen geilen Sweet Spot. Also da habt ihr auch keine Probleme. Ja, wo waren wir stehen geblieben? Ich musste das noch kurz einwerfen. Ja, also Preis-Leistungstechnik bekommt ihr momentan nichts Besseres. Und ihr könnt damit einfach autark spielen, ohne PC. Ihr könnt zu Hause spielen. Ihr könnt draußen im Garten spielen, wenn die Sonne nicht zu stark einstrahlt, weil es dann Abbrüche gibt mit dem Tracking. Ihr könnt gerne zu Hause am PC spielen mit dem Oculus Link-Kabel oder ein anderes, ja, gleichwertiges USB-Kabel. Das funktioniert echt auch top. Ihr könnt die Oculus-Library benutzen. Ihr könnt die Steam-Library benutzen. Und seid damit echt super aufgestellt. Und könnt die wie eine Rift, sage ich mal, benutzen. Das wird immer weiterhin verbessert. Und wie gesagt, wenn ihr kein VR-Headset habt, also ich würde mir definitiv jetzt momentan diese Brille kaufen. 350 Euro kostet diese kleine Version. Die 64 Gigabyte, die habe ich mir auch gekauft. Die 256 Gigabyte Version kostet 450 Euro. Und dann gibt es natürlich noch das Zubehör, was ihr da noch alles für bekommt. Elite-Strap mit Akku. Das war, glaube ich, über 120 Euro mit dem Zusatzakku. Der bringt euch nochmal, glaube ich, 2-3 Stunden Spielzeit. Der ist dann hinten angebracht, der Akku. Kann dann gleichzeitig auch noch aufgeladen werden. Also das Kabel vom Akku geht einmal hier dran. Und hinten habt ihr dann nochmal eine Durchschleifmöglichkeit, sage ich mal, damit ihr weiterhin auch da gleichzeitig auch laden könnt, wenn ihr da mit dem Netzteil verbunden seid. Wenn ihr Fragen habt, stellt die gerne in den Kommentaren. Ich versuche alles so gut wie möglich zu beantworten. Wenn ihr euch den Livestream nochmal angucken wollt, der ist auch verlinkt in der Infobox, in der Beschreibung. Und ja, ich hoffe, ich konnte so ein bisschen Licht ins Dunkle bringen. Und wenn ihr Fragen habt, gerne fragen. Und ja, ich danke euch fürs Zuschauen. Wenn euch das gefallen hat, was ihr hier gesehen habt, dann unterstützt mich einfach mit einem Like, mit einem Abo. Also Abos sind momentan mega wichtig, denn ja, um euch weiter gutes Material zu zeigen, gute Games zu zeigen, brauche ich Abos, denn die Entwickler, die gucken auf die Abozahlen und wenn die zu klein sind, dann sagen die nein, ihr bekommt keine Hardware, ihr bekommt auch keinen Testkey. Und ja, deshalb würde ich mich freuen, wenn ihr mich abonnieren würdet. Und ja, ich sage Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.